Es gibt nicht mehr als zwei biologische Geschlechter, verbreitet Marie-Luise Vollbrecht im Netz. Dass sie dafür die Zeit hat, sie promoviert doch eigentlich gerade über elektrische Fische. Naja, aber ich sag mal, Moment. Moment, Marie-Luise, ich heiße Jan. So bin ich geboren nun mal. Marie-Luise. Es gibt keine zwei Vornamen. Es gibt nur einen Vornamen. Also Marie oder Luise, entscheiden Sie sich. Darf man eigentlich noch Böhmermann sagen, oder ist das schon transfeindlich? Der ZDF-Satiriker Böhmermann stellte in seiner jüngsten Sendung die Biologin Marie Vollbrecht als ein transfeindliches Monster dar, weil sie es gewagt hat, das Woke-Narrativ, dass es mehr als zwei Geschlechter gebe, kritisch zu hinterfragen. Worum geht's also eigentlich? Die Biologin Marie-Luise Vollbrecht wollte eigentlich im Sommer 2022 einen Vortrag für die lange Nacht der Wissenschaften an der Humboldt-Universität über die zwei biologischen Geschlechter halten. Die Universität sagte diesen Vortrag aber kurzfristig ab. Denn offenbar gibt es nicht nur in den USA ein Haufen Volker Social Justice Warriors, die durch ihre peinlichen Auftritte und ihr skurriles Aussehen sämtliche linken und humanistischen Werte die Toilette runterspülen. Auch deutsche Universitäten scheinen ihre postmodernen Dauerstudenten zu haben, denn der Arbeitskreis kritischer Juristen an der Humboldt-Uni Berlin rief zum Boykott dieses Vortrags auf. Die Uni-Leitung ist offensichtlich eingeknickt. Marie Vollbrechts Vortrag kann man sich mittlerweile online anschauen. Der Vortrag ist klar, strukturiert und gut zu verstehen. Aber eigentlich auch nichts Außergewöhnliches. Es ist halt an das breite Publikum gerichtet, also auch an jene, die nicht viel von Biologie verstehen. Daher ist es natürlich auch kein Fachvortrag in einem Symposium für Experten. Dafür war er aber auch nicht gedacht. Und gleichzeitig war der Vortrag auch nicht feindlich gegenüber Transpersonen. Ganz und gar nicht. Aber ich kann mir schon die Wokies vorstellen, welche Heulkrämpfe und Ausraster sie bei diesem Vortrag bekommen, weil eine Cis-Frau es einfach nur wagt, das postmoderne, verstrahlte und queere Narrativ der Vielgeschlechtlichkeit zu hinterfragen. Aber Judith Butler sei Dank haben die postmodernen Heulsusen, die einem Pavlovschen Reflex ähnlich überall TERF schreien, endlich einen edlen Ritter als ihren Retter erkoren. Jan Böhmermann Mit Böhmermann kann ich selber nichts anfangen. Für mich ist er ungefähr so lustig, wie Michael Wendler für mich ein guter Musiker ist. Aber das ist, im Gegensatz zu der Tatsache, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt, tatsächlich nur meine subjektive Meinung. Und welchen Beweis führt Böhmermann an, um Vollbrecht zu widerlegen? Oder geht's der Meereselektrikerin Marie oder Luise Vollbrecht gar nicht wirklich um Wissenschaft, sondern bloß darum, gegen Transmenschen zu hetzen? Weil natürlich ist es längst wissenschaftlicher Konsens. Es gibt sehr wohl mehr als zwei biologische Geschlechter. Nur weiblich und männlich ist zu wenig. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. In der Biologie ist das inzwischen anerkannt. Aha, welch ein Wahnsinn! Böhmermann nutzt als Quelle einen Artikel vom Tagesspiegel. Was für eine Weltleistung! Für einen Artikel der Bild-Zeitung war sich Böhmermann offensichtlich wohl doch zu schade. Der Artikel im Tagesspiegel wurde übrigens von Prof. Dr. Hans-Jürgen Voss verfasst. Voss hat seit 2014 an der Hochschule Merseburg die Professur für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung inne. Voss studierte zwar Biologie, sein Arbeitsfeld sind aber die Sozialwissenschaften. Und er gehört zu jenen, die mehr als zwei Geschlechter wissenschaftlich bewiesen haben wollen. Zu Prof. Voss werde ich wohl ein separates Video machen. Nur Geduld! Der Bericht des Tagesspiegels verweist unter anderem auf einen Artikel von Claire Answorth, einer renommierten Wissenschaftsjournalistin und übrigens genauso wie die von Böhmermann kritisierte Marie-Luise Vollbrecht mit einem Schwerpunkt im Bereich der Zoologie. Von ihr erschien in der Fachzeitschrift Nature im Februar 2015 der Artikel Sex Redefined. Von der queeren Community wird dieser kurze Übersichtsartikel, es ist übrigens kein Forschungsartikel, oft als die Quelle benutzt, um zu zeigen, dass es doch mehr als zwei biologische Geschlechter gäbe. Offensichtlich scheinen sie aber den Artikel nicht gelesen zu haben bzw. verstanden zu haben, noch scheinen sie die Position der Autorin selbst zu kennen. In einem Tweet wurde Answorth nämlich gefragt, ob ihr Artikel Sex Redefined die Existenz von mehr als zwei Geschlechtern bewiesen habe. Ihre kurze und klare Antwort? Nein, ganz und gar nicht. Zwei Geschlechter mit einem Kontinuum von Variationen in der Anatomie und Physiologie. Sie bestätigt am Ende also das, was Böhmermann Marie-Luise Vollbrecht zum Vorwurf macht. In Sex Redefined referiert die Autorin sachlich korrekt, dass es neben männlichen und weiblichen Individuen auch sogenannte Intersex-Menschen gibt. Sie gibt in einer Tabelle Zwischenformen an, die von komplett männlich zu komplett weiblich gehen. Zu diesen Zwischenstadium zählt sie neben richtigen Intersexuellen mit Chromosomenanomalien auch jene, die genotypisch und phänotypisch männlich bzw. weiblich sind, aber beispielsweise unfruchtbar sind oder andersartige Genitalien, z.B. einen Mikropenis, haben. Dabei kommt sie auch nicht auf unendlich viele Zwischenformen, sondern nur auf sieben, plus zwei richtige, fertile Geschlechter. Diese Zwischenformen sind aber recht selten und machen 1% aus. D.h. 99% fallen klar unter männlich oder weiblich. Und was auch zu erwähnen ist, keine dieser aufgeführten Zwischenformen sind dasselbe wie Transgender. Die Transaktivisten vergleichen also Äpfel mit Birnen. Aber was ist denn jetzt ein Geschlecht? Tatsache ist, dass Böhmermann in seinem unlustigen Geschwätz keine Definition liefert, was ein Geschlecht ist. Und das tun Wokis auch grundsätzlich nicht. Als die Entwicklungsbiologin und Nobelpreisträgerin Christiane Müsslein-Vollhardt in einem Interview die Zweigeschlechtlichkeit bestätigte, wurde auch ihr von Transaktivisten die Expertise abgesprochen. Die Forschungen von Müsslein-Vollhardt befassen sich mit der Bildung von Formen und Gestalten bei der Entwicklung von Tieren. D.h. diese Frau befasst sich unter anderem damit, wie aus einer befruchteten Eizelle ein mehrzelliger Organismus entsteht. Dazu zählen auch die Genregulationsnetzwerke, die die Geschlechtsorgane formen. Interessanterweise wurde Müsslein-Vollhardt von Böhmermann nicht angegriffen. Offenbar ist diese Frau für den woken Gehirnriesen Böhmermann doch zu groß. Sucht man nach Definitionen des Geschlechts bei postmodernen Transaktivisten, wird man auf einige esoterische Worthülsen verwiesen. Beispielsweise zitiert der Bundesverband Trans die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, bei der das Geschlecht ein mehrdimensionales Konstrukt, dessen Entwicklung durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener körperlicher psychosozialer und psychosexueller Einflussfaktoren bedingt sei. Das ist jedoch keine Definition, sondern klingt wie eine Entschuldigung für die Unfähigkeit, eine zu geben. Schließlich ist auch ein Swingerclub ein mehrdimensionales Konstrukt, dessen Entwicklung durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener körperlicher, psychosozialer und psychosexueller Einflussfaktoren bedingt ist. Aber ein Swingerclub ist dennoch kein Geschlecht. Es ist ein Gebot der Wissenschaft, hinreichend klar definierte Begriffe zu benutzen, um sicherzustellen, dass man nicht aneinander vorbeiredet. Natürlich können sich auch Definitionen in der Biologie und in der Wissenschaft allgemein ändern. Das tun sie aber nicht durch das Geheule postmoderner Genderstudenten im 40. Semester, sondern durch die Entdeckung bzw. Erforschung neuer Erkenntnisse. Die Biologie liefert eine klare Definition des Geschlechts, die sich in einschlägigen Lehrbüchern und Fachaufsätzen finden. Sie beziehen den Begriff des Geschlechts wenig überraschend auf den Fortpflanzungsapparat und treffen die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich als Entsprechung zum Unterschied zwischen zwei Arten von Keimzellen. Die Körper der Mitglieder des männlichen Geschlechts sind auf die Produktion kleiner Keimzellen, also Spermien ausgerichtet. Die Körper der Mitglieder des weiblichen Geschlechts auf die Produktion großer Keimzellen, der Eizelle. Und hier gibt es kein Spektrum an Geschlechtern. Da es keine mittleren Keimzellen gibt, weder unter Menschen noch im Tierreich, gibt es auch kein drittes Geschlecht, geschweige denn ein modisches Spektrum von Geschlechtern. Zweigeschlechtliche Wesen, sogenannte Zwitter, deren Vorkommen unter Menschen nebenbei sehr zweifelhaft ist, sind kein drittes Geschlecht, sondern haben die beiden allein existierenden Geschlechter gleichzeitig. Und Organismen, die, wie der Clownfisch, ihr Geschlecht ändern können, haben dafür kein buntes Spektrum von Optionen zur Auswahl, sondern genau zwei. Die Rede von der Ausrichtung trägt dem Umstand Rechnung, dass aus verschiedenen Gründen wie Präpubertät, Menopause, Entwicklungs- oder Funktionsstörungen nicht jedes Individuum eines Geschlechts auch tatsächlich die entsprechenden Keimzellen produzieren wird. Die bloße Ausrichtung auf deren Produktion genügt. Weibliche Wesen sind also solche, deren Körper Entwicklungsschritte zur Produktion großer Keimzellen vorgenommen haben und bei männlichen Wesen die kleiner Keimzellen. Gehirnstrukturen, Verhaltensweisen, sexuelle Orientierung, Aussehen, Hormone und selbst Chromosomensätze liegen hingegen der biologischen Unterscheidung von weiblichen und männlichen Organismen ausdrücklich nicht zugrunde. Das heißt, die Gleichung Wesen mit XX-Chromosomen gleich weibliches Wesen ist also auch falsch. Daher sprechen die eingebildeten oder tatsächlichen Varianzen nicht gegen den binären Charakter. Verschiedene Chromosomensätze und hormonale Einflüsse sind lediglich ein Mechanismus, welcher in Organismen die Entwicklung in Richtung der Produktion von kleinen oder großen Keimzellen verursacht. Aber es ist diese gerichtete Entwicklung selbst, welche das Geschlecht definiert, nicht der sie verursachende Mechanismus, der nebenbei zwischen verschiedenen Arten erheblich differieren kann und innerartlich nicht in jedem individuellen Fall denselben Effekt zeitigt. Das bedeutet auch, dass Individuen mit biologischen Störungen der sexuellen Entwicklung, die sogenannte Intersexualität, in keiner Weise den geschlechtlichen Dualismus infrage stellen. Sie lassen sich meist eindeutig dem ein oder dem anderen Geschlecht zuordnen und immer eindeutig keinem dritten, da es keinen dritten Keimzellentyp gibt. Eine solche Definition definiert Männer und Frauen in der Tat durch ihre biologische Ausstattung, aber es reduziert sie nicht auf sie. Nichts an der Definition schließt aus, dass konkrete Männer und Frauen auch Häuser, Elektrotechnik und Genderideologie produzieren. Und was ist mit Trans? Aufpassen, liebe Wokis. Holt jetzt Tiefluft und macht euch bereit, euer Lieblingswort zu schreien. Ich bin zwar weder Trans-Personen feindlich gegenübergestellt, noch bin ich sowas wie ein radikaler Feminist. Dafür liebe ich Männer auch viel zu sehr. Aber Tatsachen sind ja für euch eh Faschismus. Also weiter geht's. Eine solche Definition des Geschlechts schließt auch das mantrahaft wiederholte Credo aus, dass Männer, die sich wie Frauen fühlen, als Frauen identifizieren und so weiter, auch Frauen sind. Mr. Garrison. Mrs. Garrison. Mrs. Garrison. Das mit der Abtreibung geht nicht. Ich entscheide, was mit meinem Körper passiert. Eine Frau hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Nein, ich meine damit, Sie sind körperlich nicht in der Lage abtreiben zu lassen, weil Sie nicht schwanger werden können. Aber meine Tage sind ausgeblieben. Sie können auch keine Tage haben. Sie hatten eine Geschlechtsumwandlung, Mr. Garrison, aber Sie haben weder Eierstöcke noch eine Gebärmutter. Sie produzieren keine Eier. Heißt das, ich werde nie eine Abtreibung miterleben dürfen, bei der ein Baby auf brutale Weise abgemetzelt wird? Genau das. Aber ich habe 5000 Dollar dafür bezahlt, eine Frau zu sein. Das würde ja bedeuten, dass ich gar keine richtige Frau bin. Ich bin nur ein Kerl mit einem verstümmelten Penis. Im Grunde genommen ja. Oh Mann, ich fühle mich wie der letzte Trottel. Während Intersexualität ein körperliches Phänomen ist, ist Transsexualität, Stichwort Genderdysphorie, ein psychologisches Phänomen. Es gibt Menschen, die Genderdysphorie haben und diese leiden darunter. Diese Menschen empfinden eine Inkongruenz zwischen ihrer subjektiven Wahrnehmung, ihrer Geschlechtszugehörigkeit und dem gegebenen biologischen Geschlecht. Ich habe vollstes Verständnis für Menschen, die unter ihrem Körper, ihrem Geschlecht leiden und deshalb sehr große Schwierigkeiten haben, ein zufriedenes Leben zu leben. Die Ursachen für Geschlechtsdysphorie können vielfältig sein und müssen natürlich auch erforscht werden. Denn das Leiden, mit einem Geschlecht zu leben, das man ablehnt, ist häufig ein Symptom für andere Komorbitäten wie Angststörungen, Depressionen, Borderline-Störungen oder posttraumatische Belastungsstörungen infolge selbst erlebten oder beobachteten sexuellen Missbrauchs. Ein Teil geschlechtsdysphorischer Jugendlicher ist auch im Autismus-Spektrum und hat Schwierigkeiten, einen sich verändernden Körper zu akzeptieren. Interessant ist vor allem, dass bei den Transgender-Aktivisten selten Transsexuelle zu Wort kommen, die zum Beispiel eine echte Genderdysphorie diagnostiziert bekommen haben und eine Transition durchmachen bzw. diese planen. Sondern es sind meistens jene, die sich als non-binär feiern, also biologische Männer und Frauen, die nicht irgendwelchen Geschlechterrollen und Klischees entsprechen und sich daher als trans feiern, jedoch weder eine Genderdysphorie diagnostiziert bekommen haben noch eine Transition durchmachen wollen. Demnach wäre aber jeder, der sich nicht typisch männlich oder weiblich verhält, trans. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass diese woken, non-binären Männer und Frauen dadurch Geschlechterrollen manifestieren, diese als fix und real ansehen. Also kommen wir jetzt mal auf Markus Ganserer zu sprechen und warum Markus Ganserer keine Transfrau ist. Sommer letzten Jahres hat er ein Interview gegeben bei der THZ, wo er auch bezüglich seiner Transsexualität interviewt worden ist. Aber in diesem Interview halt sehr klar gemacht hat, dass er keine transsexuelle Frau ist. Natürlich möchte auch die grüne Politikerin Tessa Ganserer endlich den Namen Tessa auf ihrem Personalausweis lesen. Aber sich dafür den psychologischen Gutachten zu unterziehen, kommt für sie nicht in Frage. Das mache ich nicht und ich werde mich auch vor keinem Richter stellen, weil das einfach entwürdigend ist. Also lasst uns mal ein bisschen über diese Personschaftsinnerung reden und wie das genau abläuft. Denn wie ich bereits sagte, habe ich diesen Prozess auch schon durchlaufen und es stimmt schon, dass man sich mehreren Gutachtern stellen muss. Also du gehst zu irgendjemandem hin und er stellt dir einige Fragen, du musst diese beantworten. Und er muss dir halt ein Gutachten ausstellen, wo er halt auch eine Transsexualität feststellt, einen Leidensdruck, eine Geschlechtsdysphorie. Und auch, dass es notwendig ist, rechtlich dich von einem Mann zu einer Frau zu machen. Tessa Ganserer findet das sehr, sehr demütigend, weil man dort halt auch Fragen gestellt bekommt, bezogen auf seine Sexualität. Und weil er ja nun mal ein heterosexueller Mann ist, der auch schon Kinder in die Welt gesetzt hat und so weiter, weiß er wahrscheinlich auch, dass das ein Ausschlusskriterium sein kann. Und ich weiß, dass Sexualität und Geschlechtszugehörigkeit zwei verschiedene Dinge sind. Bei einer transsexuellen Person, die in der Geschlechtsdysphorie leidet, ist es aber einfach fragwürdig, wenn du eine Frau oder jemanden sexuell mit deinem männlichen Geschlechtsteil befriedigen kannst und Kinder zeugen kannst, aber gleichzeitig auch vorgibst, eine transsexuelle Frau zu sein, der es wichtig ist, auch rechtlich eine zu sein. Und diese Aussage von Tessa Ganserer in diesem Interview unterstreicht das jetzt hier nochmal komplett. Und zwar steht hier. Und natürlich ist man dann ganz schnell bei der Frage, wann ist eine Frau eine Frau? Das Wissen, welches Geschlecht sie oder ich haben, das finden sie nicht in ihrer Hose oder unter einem Rock, sagt Tessa Ganserer. Die Wissenschaft habe längst erkannt, dass sich Geschlechtlichkeit nicht allein vom Körpermeckmeid festmachen lasse. Natürlich verunsichere das viele Menschen, erschüttere ihr Weltbild. Aber ein Penis ist nun mal per se nicht ein männliches Genital. Es gibt halt auch Frauen, die einen Penis haben. Es gibt Männer, die ein Kind gebären können. Und das ist unser gutes Recht. Ganserer ist bei vielen Entscheidungen noch immer hin und her gerissen. Hat wenig Lust, sich auf den OP-Tisch zu legen. Ich wäge da tausendmal ab. Brauche ich das für mich oder nur, um dieser Gesellschaft es leichter zu machen? Aber um es euch wirklich einfach zu erklären. Eine transsexuelle Person erlebt etwas, das nennt sich Geschlechtsdysphorie. Und das bedeutet, dass du deine Geschlechtsmerkmale nicht annehmen kannst. Geht nicht. Die meisten empfinden die stärkste Geschlechtsdysphorie anhand dessen, was andere Menschen auf den ersten Blick sehen können. Also das Gesicht. Die Stimme ist auch für viele Transfrauen halt, womit sie ein Problem haben. Und die Körpergröße, die Statur, Brüste und so weiter. Was halt Menschen wahrnehmen. Mit dem Penis ist es halt so eine Sache, weil man kann ihn natürlich verstecken, aber viele Transfrauen stoßen ihn trotzdem von sich ab. Für viele, viele Transfrauen ist es auch die absolut schlimmste Stelle, weil es halt ein klares männliches Genital ist. Diesen Aussagen nach würde keiner hier eine Geschlechtsdysphorie diagnostizieren. Weil die stellen sich die Frage, wieso diagnostiziere ich jetzt diese Person mit einer Geschlechtsdysphorie, die aber kein Problem mit ihren Geschlechtsmerkmalen hat. Und keine transsexuelle Frau, die eine Geschlechtsdysphorie hat, sagt, ja mein Penis ist ja nicht unbedingt ein männliches Genital. Auch Frauen haben Penisse. Junge. Eine Frau ist ein Mensch mit weiblichen Sexualorganen. Ein Mann ein Mensch, der diese nicht hat. Und Transsexualität ist eine Diagnose. Und auch diese unangenehmen sexuellen Fragen, die einem gestellt werden, sind nun mal super, super wichtige Fragen. Weil man halt ausschließen möchte, dass es hier sich nicht um einen Transvestiten handelt. Oder um transvestitischen Fetischismus, was auch so eine Sache ist, über die wir jetzt hier reden sollten. Und an diejenigen, die nicht wissen, was das ist und inwiefern das sich unterscheidet von Transsexualität, ich werde euch jetzt hier mal was vorlesen. Der transvestitische Fetischismus ist zu unterscheiden von Transvestitismus, welcher Ausdruck der Geschlechtsidentität ist. Überwiegend dürfte sich da transvestitische Fetischismus bei heterosexuellen männlichen Personen finden. Einzelne als fetisch übliche weibliche Kleidungsstücke wie Nylonstrümpfe, Strumpfhosen oder High Heels spielen eine bedeutende Rolle bei dem von ihnen ausgiebten Crossdressing der betreffenden Männer. Und auf Markus Ganserer trifft halt so einiges zu. Er ist ein heterosexueller Mann, der kein Problem mit seinem Penis hat, der kein Problem mit seinem Geschlechtsmann hat und sich als Frau verkleidet. Also Transvestiten sind Männer, die sich als Frauen verkleiden, weil ihnen das irgendwas... Also das hat nichts mit einem Fetisch an sich zu tun, es ist einfach nur, die finden es schön, sich als Frau zu bleiben, okay? Diese Aussage, man könne einfach sagen, man ist eine Frau und dann ist man diese auch. Also das ist halt einfach crazy und ich denke auch nicht, dass irgendjemand aus dieser ganzen linken Extrem-Bubble das wirklich glaubt oder für fair hält. Kindern zu suggerieren, ihr Körper könne falsch sein und es gebe unkomplizierte Möglichkeiten, ein Mädchen in einen Jungen zu verwandeln, ist mit gewissen Gefahren verbunden und die Folgen einer geschlechtsmodulierenden Medikation und Operation sind unumkehrbar. Daher sollte das Thema Geschlechtsdysphorie mit jungen Menschen sehr sensibel und offen besprochen werden. Transfeindlichkeit bedeutet, transsexuellen Menschen feindlich zu begegnen. Das ästhetische Chirurgie, das biologische Geschlecht nicht verändert, ist aber jedem Menschen, der diesen Weg beschreitet und biologische Grundkenntnisse besitzt, klar. Es ist auch Gegenstand der Aufklärung vor solchen Eingriffen. Das zu wiederholen ist keine Beleidigung oder Feindlichkeit. Man erkennt ja auch an, dass es zwei Geschlechter gibt, wenn man phänotypisch sich von einem ins andere verändern will. Jemand, der also über die biologische Realität referiert, ist nicht transfeindlich. Ebenso ist es geboten, im zwischenmenschlichen Bereich einander zu respektieren. Wer die Biologie heranzieht, um Menschen zu diffamieren, ihnen Rechte abzusprechen, respektlos zu begegnen und so weiter, liegt immer falsch. Wer mir aber aus falscher politischer Korrektheit trotzdem Transphobie vorwerfen will, der müsste dann auch eine Reihe von transsexuellen Personen Transphobie vorwerfen. Es sind längst nicht alle transsexuellen, auch Transgenderideologen. Viele von ihnen, selbst einige jener, die sich in der Tat als Transfrauen bezeichnen, vermerken ausdrücklich, dass sie keine Frauen sind, sondern eben Transfrauen, und lehnen Forderungen wie jene ab, dass Transfrauen, postoperativ oder nicht, Zugang zu Frauensport, Frauengefängnissen, Frauenhäuser oder speziell für Frauen geschaffene Preise und Stipendien haben sollten. Für diese Zurückweisung der Anmaßungen von Transgenderideologen werden sie von letzteren im Internet mit Wüsten, Hass-Tiraden überzogen und propagandistisch ebenfalls als transphobisch bezeichnet. Obwohl sich der geforderte Ausschluss von den besagten Einrichtungen nicht gegen Transfrauen im Besonderen, sondern gegen Männer im Allgemeinen richtet. Transsexuelle, also Menschen, die wirklich eine Gender-Dysphorie haben, werden von Transgender-Aktivisten, die keine Gender-Dysphorie haben, als transphob beschimpft. Sowas kann sich noch nicht mal Monty Python ausdenken. Damit tut man Menschen, die eine echte Gender-Dysphorie haben, keinen Gefallen. Und hier zeigt sich auch, warum das Thema Zweigeschlechtlichkeit eine gewisse Bedeutung hat. Die Leugnung, dass es zwei Geschlechter gibt, hat eine Reihe von negativen Konsequenzen. So die oben angesprochenen Probleme, dass Männer, die nicht binär sind, in Frauenräume eindringen oder dass zum Beispiel immer mehr Mädchen sich interessanterweise als trans bezeichnen und eine Geschlechtsumwandlung machen wollen. Und das, liebe Transaktivisten, kann nicht nur darauf zurückzuführen sein, dass die Gesellschaft immer toleranter wird und sich immer mehr Menschen zu ihrem wahren Selbst bekennen, wie das zum Beispiel bei Homosexualität der Fall ist. Sonst wären Jungen gleichermaßen davon betroffen. Ist euch da auch schon aufgefallen, dass durch die Transaktivisten besonders Frauen angegriffen werden? Es heißt ja immer noch Männer und divers. Aber die Rechte von Transsexuellen können nicht auf Kosten von anderen geschehen, namentlich Frauen. Es sind ja interessanterweise immer Frauenrechte, die dadurch beschnitten werden, nicht die der Männer. Das wird auch nicht dadurch relativiert, dass diese Rechtsbeschneidungen als Einzelfälle verharmlost werden. Hinzu kommt auch noch, dass Frauen bei solchen Aktivisten nicht mehr als Frauen bezeichnet werden, sondern als Personen mit Vagina, Personen mit Vorderlöchern, Personen, die menstruieren, denn es menstruieren ja nicht Frauen, sondern nur Körper und so weiter. Das ist nicht nur pseudowissenschaftlicher Müll, sondern auch sexistisch und herabwürdigend. Die Reduktion von Frauen als Personen mit Vagina ist ein gesellschaftlicher Rückschritt, der die Unterdrückung der Frau, ihre gesellschaftliche Rolle als Gebärmaschinen, nochmals sprachlich zum Ausdruck bringt. Solch eine Sprache ist nicht inklusiv, sie unterstützt nicht die berechtigten Belange von Transsexuellen, sie ist einfach nur frauenfeindlich. Bemerkenswert ist ja zudem, dass postmoderne Transaktivisten sich über sogenannte TERFs lustig machen, indem sie ihnen unterstellen, sie würden Frauen auf ihre Genitalien reduzieren. Das ist aber nicht richtig. Große Teile der Frauenbewegung, insbesondere in dem traditionellen Bereich innerhalb der Arbeiterbewegung, wie es zum Beispiel Rosa Luxemburg oder Clara Zetkin taten, hoben die gesellschaftliche Rolle der Frau in den Vordergrund. Durch die Etablierung der Klassengesellschaft wurden Frauen quasi zum Eigentum des Mannes, damit sie ihre gesellschaftliche Rolle zur Reproduktion, also Fortpflanzung, zu erfüllen haben. Dadurch, dass Frauen als Gruppe die Rolle der Ehefrau und Mutter der Kinder des Vaters spielten, wurde die Erbfolge des Eigentums sichergestellt, welches immer an die Männer weiter vererbt wurde. Frauen dienen also in patriarchalen Strukturen als Gebärmaschinen für zukünftige männliche Eigentümer. Natürlich gab es Ausnahmen, es gab weibliche Herrscher und die Frauen wurden gesellschaftlich gespalten in jene privilegierten Ehefrauen der herrschenden Klasse und die der Unterdrückten. Und die Frauen der Arbeiterklasse haben mit Männern aus der Arbeiterklasse mehr gemeinsam als mit Frauen aus der herrschenden Klasse, die die Unterdrückung der Frauen als Ganzes mittragen. Aber die absolute Mehrheit der Frauen waren halt doppelte Verlierer der Klassengesellschaft, ausgebeutet als ökonomische Klasse und abhängig von ihrem Mann. Damit hat die Frauenbewegung ihre gesellschaftlich legitimen Anliegen. Ob dies in der Form immer noch auch heute so stattfindet, darüber lässt sich gerne streiten. Einige Probleme wie Prostitution bestehen ja immer noch. Es gab aber auf jeden Fall auch gesellschaftliche Fortschritte. Aber gerade die Bezeichnung der Transaktivisten, Frauen als Personen mit Vagina umzudefinieren, reduziert Frauen wieder viel mehr auf ihre Genitalien und ihre gesellschaftlich erwartete Rolle für die Reproduktion. Zurück zu Böhmermann. Es ist auffällig, dass der große Inquisitor der Geschlechtervielfalt sich über diese oben genannten Belange lustig macht. Die Witze sind billig, schlecht und einfältig, wie offenbar die gesamte Sendung, die ich somit zum ersten und zum letzten Mal sah. Sich über solche Probleme lustig zu machen, zeigt mir, dass Böhmermann einfach nur ein sexistisches Armloch ist. Aber damit nicht genug. Weil Böhmermann und seinem Team die Argumente fehlen, muss er natürlich viel tiefer greifen. Er zieht eine Verbindung zwischen Marie Vollbrechts Vortrag, der Feministin Alice Schwarzer, der AfD und den Oligarchen. So wurden zwei russische Oligarchen, Wladimir Yakunin und Konstantin Malofejev, als wichtige Geldgeber für transfeindliche Positionen in Deutschland genannt. Hier haben wir es nun. Der böse Russe ist schuld. Die böse russisch-bolschewistische Verschwörung ist im Gange, um die deutsche Demokratie und ihre schlechten Clowns, die sich als Satiriker tarnen, zu gefährden. Ich habe mal geguckt, Yakunin und Malofejev sind immerhin keine Juden. Aber eine jüdische Weltverschwörung ist so eher 1930er. Naja, wobei, mit passender Rasur kann auch ein Böhmermann sehr arisch aussehen. Und natürlich darf die AfD nicht fehlen. Wenn die AfD transfeindliche Positionen vertritt, muss jeder automatisch, der die Tatsache von zwei Geschlechtern nennt und die queere Ideologie kritisch hinterfragt, automatisch ein Nazi sein. Nicht falsch verstehen. Die AfD und auch russische Oligarchen sind ein Haufen reaktionärer Dreck. Dass die AfD es schafft, wissenschaftliche Tatsachen, zumindest da, wo es in ihre menschenfeindliche Agenda passt, für ihre Zwecke zu missbrauchen, ist ein Problem. Aber die AfD ist kein Maßstab für die Realität. Kleines Beispiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten Menschen hier im Land gegen die Praxis sind, Frauen zu steinigen oder in eine Burka zu zwängen. Es verstößt schlicht und einfach gegen Menschenrechte. Nun ist die AfD aber auch gegen Steinigungen. Sie tut das aber, um ihre rassistische Propaganda gegen den Islam und Menschen mit Migrationshintergrund zu schüren. Sollen wir jetzt für Steinigungen und Burkas sein, weil sie die Frauenrechte gegen den Islam ausspielen? Ihr merkt schon das Problem. Tatsachen richten sich nicht nach der Meinung von Ideologen. Natürlich ist es wichtig, den Missbrauch von Tatsachen durch Ideologen aufzuzeigen, ihre Widersprüche zu nennen und das zu entlarven. Das gilt sowohl für die AfD, für russische Oligarchen, als auch für woke Transaktivisten. Und das tut man nicht mit dem Mimimi eines Böhmermanns. Wisst ihr was? Mir geht's gut. Auch wenn ich faktisch keine Frau bin, kann ich trotzdem ein neues Ich leiden. Lieber eine Frau sein, die nicht ihre Tage haben kann, als eine Schwuchtel. Hey Jungs, die süße Maus bleibt eine Frau. Wer will's meiner Spalte so richtig besorgen? Frauen Power. ARD Text im Auftrag von funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017